Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern war ja Black Friday und auch in Diablo ist die Black Week eingeläutet worden. Nicht nur, dass ihr Diablo gerade viel, viel günstiger im Shop bekommt. No Werbung, also wer noch kein Diablo 4 hat oder überlegt sich das vielleicht noch für Steam, für Steam Deck zu holen oder so. Ist jetzt auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das zu holen. Aber darum geht es nicht, sondern die Black Week hat begonnen. Am 20., das ist der Montag, bis zum 27. bekommt ihr 35% mehr Erfahrung und 35% mehr Gold. Das heißt für alle unter euch, die jetzt immer noch nicht Level 100 sind und sich für Lord Seer vorbereiten wollen, können das jetzt auf jeden Fall machen. 35% mehr Erfahrung ist extrem viel. Wir hatten so ein Event schon mal vor ein paar Wochen, fast schon vor ein paar Monaten, ich glaube in Season 1 war das. Da haben wir 20% bekommen. Es könnte sogar sein, dass die 35% diesmal multiplikativ sind, das wäre richtig krass. Aber da werden die Profis bestimmt unten in den Kommentaren genau reinschreiben, wie viel die 35% jetzt an Wirklichkeit sind. Auf jeden Fall 35% mehr Erfahrung, sehr sehr krass. Aber, das große Aber, was ich nicht verstehe ist, wieso es wieder nur Erfahrung und Gold gibt. Wir haben Gold unendlich 1,5 Milliarden und genau die gleiche Menge habe ich schon in der Verzauberung reingesteckt. Ich habe die Season so viel Geld, wofür brauche ich noch mehr Gold? Und, sagen wir mal ehrlich, so schnell wie jetzt levelt man, glaube ich, habe man bisher noch nie gelevelt. Ich habe alle 5 Klassen auf 100 und wir sind erst seit einem Monat, genau jetzt einen Monat in der Season drin. Ne, nichtmals einen Monat in der Season drin, das hat am 28. gestartet, heute ist der 18. Und ich habe schon alle Klassen auf 100. Klar, ich bin nicht repräsentativ für die große Masse, es gibt viele Casuals unter euch, die das natürlich noch nicht haben. Ich bin ein Vielspieler, ich bin auch süchtig und auch Content Creator, klar. Aber selbst als Casual schafft man easy level 100, oder Leute? Wofür brauchen wir jetzt wirklich nochmal 35% mehr Erfahrungsbonus? Was wäre denn geiler gewesen? Magiefundbonus bedeutet mehr fallgelassene Items von Gegnern. Ein Glutbonus, Leute. Einfach mal die Glut anheben um 30%, sodass du ganz, ganz easy mal mehr als nur 2, 3 Kisten pro Höllenflut aufmachen kannst. Erhöhte Unique Drop Chance, sodass wirklich mal viel Unique Farming gemacht werden kann, nicht nur bei Endbossen. Vielleicht erhöhte Grausgegaben, beziehungsweise Warscham Body Parts, weil jetzt mit dem erhöhten Lebenden Stahl gibt es da ja auch nochmal einen extremen Bottleneck, der sich jetzt von Lebenden Stahl rübergeswitcht hat zu den Warscham Body Parts. Jetzt hat jeder ganz viel Stahl, aber keine Body Parts mehr. Ist eigentlich eine ganz witzige Sache. Ich bin gespannt, wann Blizzard da dann die Warscham Body Parts nachzieht nach dem Lebenden Stahl, weil sich das jetzt komplett geswitcht hat. Schreibt mal gerne eure Ideen unten rein. Also 35% Erfahrung und Gold, schön und gut, aber es gibt andere Sachen, die mir persönlich mehr Spaß gemacht hätten. Ich hoffe, dass auch mal in Zukunft was anderes kommt. Und ich finde solche Events für Pro, eine ganze Woche so ein Event, vor allen Dingen jetzt mit Lord Seer, mit dem Schlachthof, der demnächst kommt, finde ich ganz cool, dass man auf jeden Fall Level 100 kommen kann, versteht mich nicht falsch. Aber es dürfte auch ruhig mal was anderes sein. Außerdem wurden im Shop das allererste Mal Skins reduziert. Zwar, ja, Scheißskins, bis auf den, den finde ich sehr cool. Hier unten seht ihr immer so die Preise. Der ist 25% günstiger. Das macht in Summe 6,50 Euro weniger. 25% hier bei so einem Rückending, was sowieso niemand haben will, 50% weniger. Da könnt ihr ja, falls ihr jetzt zum Black Friday mal einen Zehner übrig habt oder zum Geburtstag mal einen Zehner bekommen habt, könnt ihr ja hier vielleicht mal den einen oder anderen Skin holen. Ist immer noch ultra teuer, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Also günstiger wird es, denke ich mal, in Zukunft nicht. Vielleicht ändern die sich auch noch jeden Tag. Ich sehe das erst in drei Stunden. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken, ob hier was Cooles dabei ist. Für mich persönlich würde eigentlich nur der Barbar in Frage kommen. Den fand ich auch damals schon sehr cool mit den Pfeilen da hinten drauf. Wenn ihr jetzt, wenn ihr zuschlagen wollt im Shop, dann auf jeden Fall jetzt. Das war es erst mal von mir. Gibt aktuell nicht mehr. Ja, Black Week, wie gesagt, ist gerade drin. Wenn ihr euch noch ein Spiel holen wollt für Steam, für die Playstation oder für den PC auf Battle.net, dann jetzt auf jeden Fall zuschlagen. Wenn ihr einen Skin haben wollt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, sich den Skin zu holen. Auch, wenn es immer noch viel zu teuer ist. Und wenn ihr euren Charakter noch nicht auf Level 100 habt, ein bisschen Gold farmen wollt, Schlagwort, der Flüst in den Baum, die geben am meisten Gold. Wenn ihr Gold farmen wollt, Flüst in den Baum machen, nächste Woche 35% mehr absahen und reich werden. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, über ein Like auf das Video und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bye!